Und aus. Probier die Türen. Sieh nach, ob Infizierte da sind. Geht nicht auf! Probier die anderen! Geht die auf? Nein! Hey! Hier rein! Gehen wir rein, bevor uns jemand sieht. Macht so. Ei, ei, ei. Hilf mir bitte mal. Hey! Das muss nur gerichtet werden. Okay? Weißt du, wie das geht? Schneid es an Streifen. Leg dich hin. Ich werde ihn jetzt bewegen, okay? Okay. Bereit? Okay. Wie heißt du? Abby. Danke fürs Abschneiden. Danke fürs Abschneiden. Sollte dir besser morgen verschwunden sein. Wir kommen klar. Super! Wir wissen nichts über die Kids, aber hey, wir gehen jetzt einfach los, Chad. Wir, wir gehen jetzt los. Verschwinden wir von diesem Ort. Ja, fass sie nochmal an die Schulter. Irgendwas ist mit ihrer Schulter. Hoffentlich. Hoffentlich finden wir das mal raus, was das ist, weil es wäre schön, schön zu wissen. Sind wir immer noch an Tag 1, ja, ne? Also das wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das hier die Kindergeschichte wird, mit den Kindern, die da angegriffen wurden. Ne, 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 ne. Wollte hier sammeln, um die Verbesserung einzusetzen. Äh, ich gehe mal schnell gucken, ob wir was verbessern können. Oder vielleicht auch die Schrotflinte. Ich sag mir cool, Dankeschön für 63 Monate, Macker. Vielen Dank. Oje, was auch immer du gerade gemacht hast. Das können wir nicht mehr machen. Hier können wir auch nichts mehr machen. Vielleicht auf der normalen Waffe. Können wir auch nichts mehr machen. Feuerrate. Wie eigentlich völlig egal ist, weil wir ja keine Munition haben. Nicht wirklich. Vorher ein bisschen ölen und dann geht das schneller. Das flutscht dann. Okay. Okay, okay. Das ist normal. Der Lass da was... Also ich meine, grundsätzlich ist das ja gar nicht verkehrt. Wir leben 25 Jahre nach dem Ausbruch. Da ist auch nicht mehr so viel Munition. Oh! Shit! Da ist er! Sehr schön. Ja! Der zweite Holster! Nice! We got him! We got him! Oh! Sind sie... Nee, 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 mitsi! Ey, 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 ey! Nee, 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 du liegst, aber Nee, 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 nee Boah, du hättest grad fast OBS gelöscht, Alter Ui Macht doch sowas nicht Mitten im Stream Was sollen die Leute denn denken Ragequid ist nicht Jetzt sind wir so weit drinnen Jetzt müssen wir auch weitermachen Mann, du Na, das wär's ja jetzt wieder noch gewesen Oh, Position Oh Red Nox, wir sind einfach gegangen Wir haben die Kleine irgendwie verarztet und dann sind wir gegangen Wie fast immer in The Last of Us 2 Also es kommt nicht zu... Hier ist nichts mit Charakterausprägung oder so Wie lange haben die Le Tolstetzer Aber die Le Tolstetzer Das ist eine Frage, die Le Tolstetzer im den Fall Das kann doch bitte nicht dein Ernst sein. Du trittst doch sonst immer alle Leute. Mano, du hättest einfach drauf treten können. Muss daher gehen, obwohl ich unbedingt weitergucken will. Mano, bitte. Ich will da ein extra Hau reinmachen, ja? Fast Broadcast vielleicht oder bei YouTube dann? Ich glaube, wir müssen dann hier lang, ja. Gut, wir haben fast wieder gar keine Munition mehr. Okay. Wir haben alles investiert. Geil. Ab an den Kaugummiautomaten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ein bisschen zu wenig Zettel. Und ich mag das noch nicht, dass wir in der Vergangenheit sind. Ich finde das nicht schön, dass wir in der Vergangenheit sind, weil wir können die Zettel nicht abheften, weil es das nicht bringt. Ah Gott! Gut! Ich habe jetzt миним ját�. Gut. Wir sind wohl jetzt nicht bei uns. Ich glaube, wir kommen hier wieder hoch. Bagger, die hat einen Haken, die teleportiert sich aber zurück in die Vergangenheit, wenn die einmal ausholt. Abby ist richtig stark. Abby hat Power. Das ist gleich da drüben. Soll ich hier schwimmen? Der Stürmer ist heftig. Okay. Warten. Hallo? Setz dich hin? Mal. Setz dich hin? Ne, nicht auf der Tastatur legen. Dann leg dich hin. Alles frei. Leg dich hin. Oh, siehste. Mal sich schon wieder schlafen. Oh! Pfeile wurden gesammelt. Zettel wurden gefunden. Es geht bergauf. Die Türen wurden geöffnet. Okay. Okay, das kam jetzt unerwartet. Das kam jetzt unerwartet. Okay, Armbrust ist auch geil. Geil, ich habe ihn in die Hand geschossen und habe ihn getötet, Chad. Gut, gut, gut. Oh, ein weiterer Zettel. 90-77-01. Oh, man, der Tresor ist 90-77-01. Chad, do your thing. Was, was, was du? Okay, also. Guck. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. 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 Okay? 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 Das war's für heute. Hey, 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 hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, 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 das war's. Alles leer, aber alle tot. Lois. Ja, gut, es gibt dann aber auch nichts mehr, um was aufzufüllen. Ein bisschen Ballast auf Dauern. Ja, gut, aber wir müssen halt auch trainieren, ne? Das hat Abby jetzt oft genug gesagt, Training ist wichtig. Ey, ein Pfeil. Oh, zettel. Das war ein Chaos. Da war er los. Das war die Nick. Komm ich denn überhaupt rüber? Nee. Ja, oder so. Das geht auch. Auf ein neues. Ja, das klingt so. Yeah. Ich muss es weiter oben probieren. Haha, die traf. Die traf. Das passiert, wenn man Leg Day skippt. Macht schön eure Beintrainings. Super wichtig. Boah, nice. Können wir irgendwas drafen damit? Ey. Ja gut, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Abby hier unbedingt sympathischer ist. Also ich sag mal, Abby hat halt das Problem. Abby hat halt das Problem, die kommt nach 15, 16 Stunden Ellie dazu. Und dann ist halt schon so. Ja. Ja. Oh, das geht nicht gerade. Oh, das geht nicht gerade. Das kacke, wenn man immer vorbelastet ist. Hast du gerade Mimi nachgemacht? Wen habe ich nachgemacht? Inwiefern? Okay, wir sind am Aquarium. Tag 1. Ich weiß, dass du da bist, Owen. Tag 1. Immer noch Seattle. Wir suchen Owen. Owen? Owen! Owen, komm schon! Wir müssen irgendwo weiter hinten sein. Mh, nee. Panda, wir... Peaceful Panda, wir sind gerade in Vergangenheit 1. In Gegenwart ist Owen tot. In Vergangenheit 1 noch nicht. In Vergangenheit 2 war Abby auch fast Pärchen mit Owen. Nee, in Vergangenheit 3. Und in Vergangenheit 2 ist Abby... Nee, ist Abby alleine und Owen mit Mel. Ja. Ich glaube, so ungefähr haut das hin. Ja, wir haben schon eine Menge Zettel gefunden. Hallo? Ich finde es immer schön, dass wir Flaschen finden und sowas. Vielleicht? Nein! 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 ich sage mal ein zeitstrahl zu der lase was zeichnen geht gar nicht der boykottiert das spiel was der boykottiert das spiel und 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 Untertitelung des ZDF, 2020